take was was edw füte zumindest die letzte so damit hat julian assas die klappe gemacht und ihr seht schon am hintergrund wir sitzen wieder im wahnsinn das heißt wir machen jetzt sozusagen wieder ein home office video nachdem wir erfolgreich aus dem europark zurück sind wir haben auf dem weg den tari angetroffen einen wackeren mitstreiter der in letzter zeit zugegebenerweise etwas durch abwesenheit aus demos glätzt allerdings trotzdem nach wie vor der sache zugetan ist und der hat natürlich auch wie sich das gehört die chance genutzt und gleich ein paar lustige schreiben an die freiheitliche partei an mein bezirk an den herrn magister dr michael brunner und an servus tv an dieser stelle braust unterschrieben und ich werde die demnächst wieder mal für teures geld bei der post aufgeben und wir werden uns dann hoffentlich irgendwann mal der tatsache erfreuen können dass auch die geneigte seerschaft entsprechend romans video wie ihr ihm aus der haft helfen könnt briefe schreibt die verlinkten internetadressen nutzt um dort mails zu schicken die textvorgaben dafür und wie es gemacht wird findet ihr in romans videos gehen tut es darum es zu tun wie gesagt nichts gibt nichts gutes außer man tut es und ich lade jeden höflich ein wenn ich bitte jeden beziehungsweise ich ermahne jeden das zu tun weil wenn man in diesem land wirklich etwas bewegen will wenn man wirklich von solidarität spricht dann besteht die net von nahes ork da sperrens an ein und man bleibt auf der couch sitzen oder man kommt dann mit so ausreden wie naja ich hab das noch nicht gemacht weil ich habe keinen drucker liebe leute der roman hat keinen drucker und ich habe keinen drucker deswegen waren wir mehrfach und ihr könnt das auch in romans videos noch sind bei dem höllischen automaten der kopieren und scannen und vielleicht sogar faxen kann und echt ein bisschen komisch ist zumindest für so eine technik dino wie mich man kann diese texte daheim vom pc auf einen sogenannten usb stick die technisch neueste erfindung der 90er jahre 2000er egal ziehen und dann dort einfach ausdrucken und wenn man dann so ein handgefertigtes kuvert nimmt und dann da einen absender drauf schreibt und den empfänger drauf schreibt und das ganze eventuell vom kompetenten postmitarbeiter frankieren lässt oder einfach ein briefmankerl drauf klebt und das in den postkasten schmeißt dann kommt das dort an und dann hoffentlich sehr zahlreich und dann weisen wir einmal mehr darauf hin dass vielleicht in diesem land einiges im argen liegt das einiges im argen liegt darf man an dieser stelle feststellen bevor ich mich allerdings diesem pamphlet kurz im detail widme dass mir rein zufällig in die hände gefallen ist weil ich heute als bodyguard mit war als der roman zum persönlichen vortrag zur polizei musste möchte ich oder eigentlich der roman oder wir mal danke sagen dem herrn pöttlern von der mfg der hat nämlich und der roman wird es in diesem video einblenden hätte gesagt wir werden das einblenden also der herr pöttler von der mfg hat sich ein herz genommen und hat das getan worum ich gebeten habe euch zu tun der hat gesagt wir müssen solidarität zeigen und hat einen spendenaufruf getätigt hat zu diesem zwecke ein spendenkonto eingerichtet die spendendaten dazu findet ihr im angehängten video da wird für aufrechte kämpfer die sich diesem ich nenne es ganz bewusst regimen entgegenstellen quasi spenden zu sammeln das ist zum einen im moment eben der roman der mehrere ersatzfreiheitshaft tage vor sich hat als auch ein mediziner ich möchte nicht näher beim namen nennen weil ich will nicht die privatrechte von jemanden nennen die insider spricht die echten schwurbler werden wissen um wen es geht der gute mann hat läppische 4000 tage ersatzfreiheitsstrafe abzuleisten zur erinnerung das jahr 365 tage also wenn man das hochrechnet reden wir davon 11 jahren ich verweise an dieser stelle der roman wird es wahrscheinlich verlinken oder schon verlinkt haben an das video von gerwin lovrecki dessen kanal ich übrigens an dieser stelle wärmstens empfehlen möchte abonniere vergessen der hat festgestellt dass man wie gesagt wenn man in unserem unglaublich tollen nachbarland aber bei uns sieht die situation sicher nicht viel besser aus eine elfjährige missbraucht dann kriegt man ein jahr bewährung man möge sich jetzt selber seine gedanken machen ob der wertigkeit solcher urteile wenn jemand 67 tage mit einem tagessatz von 8 euro in haft muss oder ich dann demnächst mit einem stundensatz von 1,50 die stunde während man für das sexuelle missbrauchen eines kindes eine bewährungsstrafe kriegt aber wie gesagt das ist jetzt natürlich nur so mein denkanschluss spannend ist wie gesagt wir waren bei unserem freund und helfer da darf gelacht werden wir haben nämlich nicht nur zur unterstützung von servustv wieder mathe schickt sich offen gekauft da braucht man gescheite bläutung sondern wir haben gemeinsam sicher aus der krise einen info folder unserer polizei also genau genommen ganz offiziell vom bundesministerium für inneres ihr wisst schon das ist da wo der aktuelle kanker früher innenminister war und dann einen terroranschlag zu verantworten hat aber nur so viel nebenbei in dieser waldemokratie da gibt es jetzt einen info folder so sieht er aus und der widmet sich dem brandgefährlichen und aktuellen thema der verschwörungstheorien ich zitiere original aus diesem machwerk verschwörungstheorien vor allem in krisenzeiten oder bedrohlichen situationen können durch allgemeine verunsicherung verschwörungstheorien entstehen durch das internet und social media werden diese innerhalb kurzer zeit schnell verbreitet doch nicht alle sind harmlos und ungefährlich hört hört was sind verschwörungstheorien und deiner verschwörungstheorien versteht man im allgemeinen die überzeugung von einer geheimen geplanten weltverschwörung bei der bestimmte ereignisse oder situationen von geheimen mächten negativer absicht manipuliert werden das lasse ich sogar so mal stehen verschwörungstheorien erkennt man am folgenden merkmal nichts ist wie es scheint alles ist geplant nichts was geschieht passiert durch zufall alles ist miteinander verbunden alles was rund um uns geschieht sind täuschungsmanöver um davon abzulenken dass wir manipuliert werden weitere merkmale sind die grundsätzliche einteilung der welt in gut und böse das würde ich jetzt eher unserem etwas dementen ersten mann im staate ich nenne in der form wegen immer den letzten bundespräsidenten das war jetzt kein wortspiel ich meine nicht damit dass er der letzte ist sondern er ist halt der der jetzt in der waldemokratie also in der geschichte der zweiten republik als letzter dieses amt in er hat der unterscheidet in die guten das sind die die geimpft sind und die für die russland maßnahmen sind also die sanktionen sind und die bösen also ich würde nicht sagen dass der geneigte verschwörungstheoretiker diese welt in gut und böse einsieht aber egal weitere merkmale sind des weiteren das erzeugen von starken negativen emotionen wie angst wut oder ekel ich glaube dass die aussage sehr schöner einwurf dass wir alle bald einen kennen werden der gesundheitsminister kanzler nein es war was anders der ach ja an covid verstorben sein wird eventuell so eine aussage mit angstschüren ist wir werden auch in österreich bald die situation haben dass jeder irgendjemanden kennt deren corona verstorben ist zum thema wut naja wir hatten da den anderen der uns als untertanen die zügel enger spannen wollte weil wir ja schuld waren am elend dieser nation das ist unser großes ziel wir müssen mit der impfcode wie das letzte mal schon gesagt haben nach oben kommen wir werden daher die zügel für die ungeimpften strafe ziehen müssen gut gleichzeitig ist aber auch jetzt schon klar dass dieser winter und weihnachten für die ungeimpften ungemütlich wird und das hat ja die jene die gut und solidarisch waren wütend gemacht also ich hätte gesagt ja vielleicht ist das eine verschwörungstheorie die unsere regierung gemacht hat das aufbauen und verfestigen von vorurteilen und feindbildern lockdown für ungeimpfte pandemie für ungeimpfte ja ja die haben da schon recht verschwörungstheorie ich habe nicht nur kein verständnis dafür sondern wir müssen mit dieser klarheit eben auch stellung beziehen klar sehen klar stellen was dort was dort vorgeht was dort vorgeht wenn Staatsverweigerer Demokratiefeinde Neonazis und Neofaschisten in unseren Städten herumspazieren spazieren ja so ja wieso sie sich da jetzt gerade aufregen es ist ein weiteres Merkmal ist die sogenannte Immunisierung gegenüber Kritik da jedes Gegenargument als Beweis für die Macht der Verschwörung gesehen wird die grundsätzliche Ablehnung von klassischen Medien und die Nutzung und Verbreitung vorrangig über Social Media naja also in einem Land in dem die Medien inzwischen durch Anzeigenschaltungen und sonstiges so weit gekauft sind dass der Medienstatus in Österreich hinter Namibia ist da wollen wir uns jetzt zu den Medien nicht äußern hat nichts mit Ibiza zu tun was er jetzt meint so woran erkenne ich eine Verschwörungstheorie stellen sie sich folgende Fragen wenn sie mit zweifelhaften Aussagen konfrontiert werden aus welcher Quelle stammt die Information an dieser Stelle würde ich mich fragen welcher Virologe war es nochmal der festgestellt hat dass der Virus wenn man sitzt weniger gefährlich ist wie wenn man im Stehen konsumiert welche Quelle war es nochmal die gesagt hat dass der Virus um 22 23 oder 1 Uhr ansteckender tödlich oder sonst was ist egal ist die Autorin oder der Autor namentlich bekannt kennen wir die vielen Experten Sitzkreise von Gecko und Co und wer da aller dahinter sitzt bzw. wurde da nicht ein Zusammenhang mit Pharmaindustrie hergestellt wurden da wirklich alle Autoren und Autorinnen wirklich namentlich bekannt ich bezweifle das liegt den Aussagen ein Fachwissen zugrunde nun ich verweise dabei jetzt auf den aktuellen OIE24 Bericht von vor einer Woche dass die Experten sich jetzt nicht mehr daran wagen eine Prognose abzugeben ich glaube das beantwortet die Frage nach dem Fachwissen weil mit den letzten Prognosen lagen sie ja jeweils falsch welche Absichten verfolgt die Verfasserin oder der Verfasser wird darüber auch in anderen Medien berichtet naja gut die Frage stelle ich mir nachdem in den Niederlanden und in Frankreich Bauernaufstände sind und bei uns eigentlich kaum ein Wort darüber verloren wurde irgendwie auch sind diese Bauernaufstände in den Niederlanden vielleicht eine Verschwörungstheorie haben da verschworene Polizisten auf verschworene Landwirte geschossen weil die verschworenerweise enteignet werden sollten ist es vielleicht eine Blase in der wir leben und es ist eine Illusion dass in meinem Hologram der Roman neben mir sitzt und wir sind gar nicht hier ich glaube wir brauchen ein paar Püllen du sagst es, du sagst es in welchem Tonfall ist die Meldung verfasst? ganz wichtig Fakten kommen immer ganz auf den Tonfall drauf an sind sie nämlich im falschen Tonfall vorgebracht sind es keine Fakten so dann haben wir das auch geklärt könnten die Vorfälle auf denen die Berichte beruhen auch anders interpretiert werden? was für eine Frage so viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren aber jetzt kümmert es uns nicht mehr schön dass ihr da seid naja jedenfalls weiter geht es im Text mit grundsätzlich gilt Angaben wie ein hoher Beamter, ein Spitalsarzt oder eine Wissenschaftlerin in der Genetik sind zu hinterfragen das stimmt wenn ich mir anschaue wer bei uns alle so in so einem Expertenkreis vor allem auch Gerald Gross wenn man nicht mehr weiter weiß bildet man einen Expertenkreis sitzt da wird dann auch einmal erklärt dass irgendwer hochkompetent ist ich erinnere da wir hatten da unlängst einen Gesundheitsminister der war Mediziner er behandelt unter anderem auch den schweigenden Sascha entschäden wer Böses dabei denkt der hat nicht ganz verstanden wie eine ja Injektion und das Einspritzen von irgendeiner Substanzflüssigkeit Medikamentation wie auch immer sich auf die Blutbahn des Menschen ausfällt insofern hätte ich gesagt Jan diese vermeintlichen Angaben sind in der Tat zu hinterfragen also wenn ich mir anschaue dass Doktor Sebastian Bormena einen akademischen Titel hat und auch der vorhin erwähnte Mückstein ein studierter Mediziner ist dann hätte ich gesagt ja man sollte das wirklich hinterfragen aber sie wissen schon was das bedeutet sie würden jetzt doch gar nicht wenigen Menschen in Österreich die Lebensgrundlage entziehen wieso? wenn man nur geimpft in die Arbeit gehen darf nicht nur geimpft man kann auch genesen und geimpft sein brillant vielleicht findest du ja sogar noch mal die Tassen die dir im Schrank fehlen weiter im Text häufig stehen anonyme Quellen hinter zweifelhaften außer ich meine ich widerspreche dem jetzt es ist keine anonyme Quelle unser aktueller Gesundheitsminister der dritte an der Zahl ich hoffe der Tonfall war nicht falsch hat ja festgestellt wir wissen zwar nicht was im Herbst kommt aber wir wissen schon woher er das weiß ist eine anonyme Quelle dass die Impfung schützt wirkt hilft wie auch immer wer sind die Experten und Experten? nein nein da geht es jetzt rein um die anonyme Quelle also er hat nicht gesagt woher er weiß dass wir nicht wissen was kommt und er hat noch viel weniger gesagt woher er weiß dass das was wir nicht wissen mit dieser Impfung trotzdem bekämpft werden kann nur mal so nebenbei weiter im Text viele Behauptungen basieren auf Gerüchten wir werden alle einen kennen der an diesem Virus gestorben ist ähm hab ich nur so laut gedacht grundsätzlich gilt weiter über wirkliche Skandale wird breit informiert ich zitiere an dieser Stelle über die Ausweitung des Hygiene-Austria-Skandals bei dem es jetzt auch es gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung die brauchen ein paar Pillen ähm wo war ich? Skandale genau wird breit informiert also ja wie gesagt die Ausweitung des Skandals rund um Hygiene-Austria wo es jetzt neben den umetikettierten Masken oder anderen plötzlich geht eben auch noch um äh Steuerhinterziehung und und Zollbetrug und ähnliches geht ja ja das läuft den ganzen Tag in allen Medien Printmedien wie wie Internet, TV und so weiter rauf und runter ihr werdet blendend informiert sein also ihr wisst die wirklichen Skandale darüber wird breit informiert deswegen weiß man ja auch schon so viel über die Cobra Libre-Aktion deswegen kann sich ja auch unser ehemaliger Kanzler du darfst den nochmal vormachen äh aktuell in Österreich obwohl gegen ihn ermittelt wird so frei bewegen und die Salzburger Festspiele genießen und ähnliches ja also wie gesagt die wirklichen Skandale da wird breit informiert da wird auch hart ermittelt eingesperrt wird dann nur der Roma egal und dann kommt in friedfertigem Violett geschrieben wie gehe ich mit Menschen um die an Verschwörungstheorien glauben informieren sie sich selbst aus seriösen Quellen es ist eigentlich schade dass da nicht daneben steht ORF von Krone Zeitung damit der geneigte Leser dieses tollen Machwerks auch weiß wo seriöse Quellen sind egal überlegen sie sich vorab ob sie sich auf eine Diskussion einlassen wollen an dieser Stelle nein das wollen die Menschen nicht weil man würde dann ja eventuell einen Diskurs nein man könnte dann ja einen Diskurs starten und das hat man über zwei Jahre in diesem Land tunlichst vermieden bekämpft und so weiter also wieso sollte man das machen bleiben sie freundlich und sachlich ich denke da an Frau Ettstadler die gemeint hat dass jene Menschen die zum Beispiel so wie ich über 30 Jahre in diesen Staat Steuern Sozialabgaben und ähnliches eingezahlt haben überhaupt noch das Recht haben hier zu leben also freundlich und sachlich ich denke da weiter an unsere Frau Volksverräter Heisel Reininger ups das war jetzt ein freundlicher Versprecher sie heißt Meindl Reisinger Entschuldigung an dieser Stelle dies machen die Tabletten wo der Herr krankschlag gesagt hat dass Psychopharmaka und Alkohol jedenfalls also die gesagt hat wir sind Volksverräter es macht unser Herr Bundespräsident sehr schön in dem man erklärt wer aller ein Kollaborateur der russischen Diktatur ist also freundlich und sachlich so wie es unsere Ubrigkeit jeden Tag vorlebt ich rede ja oft davon dass die sehr willfährigen Putin gehilfen vor allem von rechtsradikaler Seite in Europa in Österreich halt die FPÖ ich höre es auch von den Impfgegnern das sind ja Volksverräter in meiner Meinung nach vermeiden sie Spott und bleiben sie respektvoll fordern sie diesen Respekt auch von ihrem Gegenüber ein ja ich habe jetzt glaube ich ein bisschen gespottet und habe wenig Respekt für die Bundesregierung und alle die damit verbandelt sind mehr Kulpa mehr Maxima Kulpa beziehen sie Stellung und benennen sie Verschwörungstheorien als solche ja Stellung beziehe ich jeden Tag und ich benenne auch Verschwörungstheorien alle die das weiter tun möchten verweise ich gern an den Friedensforscher und Historiker Dr. Daniel Ganser und seinen Beitrag über den 9-11 Vorfall bei dem das WTC 7 zum Einsturz kam und warum das im ursprünglichen Aufklärungsbericht nicht drin steht und warum das nicht in einem kausalen Zusammenhang mit Flugzeugen stehen kann und so weiter das ist nur mal so eine Hausaufgabe für alle den Fahres viele Kriegs verbrechen was sie sich hauptsächlich annehmen ja das macht er gar nicht wir sind zu Gangazerm so wie ein Massage weil den würde man dann auch einsperren ja ja ich bereite sie historisch auf ja ja na wie gesagt da sieht man schon wir schwurbeln schon wieder so wie dem auch sein stellen sie eher Fragen statt Vorträge zu halten genau warum wird ein Lockdown in einer Pressekonferenz die eine Pressekonferenz ankündigt dann ausgerufen dass er in 3, 4, 5 oder 7 Tagen stattfindet wenn das Hochwasser kommt dann sagt man auch nicht na dann machen wir mal in 7 Tagen eine Sperre oder Sperren einen Radlweg wegen Hochwasser bis dahin sollen die Leute saufen sondern das macht man umgehend das ist aber nur so eine Frage weil da gerade steht man soll Fragen stellen damit werden die nächsten Wochen eine alles entscheidende Phase ob das so bleibt das werden die nächsten Tage und wenigen Wochen entscheiden das heißt eine wirklich entscheidende Phase im Augenblick es wird eine sehr schwierige Phase in den nächsten 4 Wochen aus meiner persönlichen Sicht werden das wahrscheinlich die wichtigsten 4 Wochen überhaupt diese Wochen bis Ostern das wird die schwierigste Phase in dieser Pandemie die Erfahrung ist noch nicht so da aber das wird schon Verschwörungstheorien sind oft unlogisch oder widersprüchlich genau Tirol war militärisch abgeriegelt weil ja die Pandemie so wütete warum konnte zeitgleich trotzdem unser damaliger Kanzler du darfst den nochmal vorführen zum näheren Beäugen des grünen Passes nach Israel fliegen ohne Quarantäne einen Zwischenstopp in Wien einlegen und dann am nächsten Tag weiter zu Entschuldigung wir schaffen das zu fliegen um dann dort den grünen Pass so wie er ihn in Israel kennengelernt hat weiter vorzustellen und zu bewähren ein sehr klein Malsertal oder auch das ja also wie gesagt da stelle ich mir die Frage der Widersprüchlichkeit wir werden auf das Tragen von Masken setzen die einen ohnehin nicht schützen es sind nicht Schutzmasken wie sie die Ärzte haben die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske absolut falsch jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit Schutzmasken durch die Gegend zu laufen vor allem wenn es Masken sind die einen ohnehin nicht schützen 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 Ich stelle mir auch die Frage warum jemand der seinen Müll im Lockdown rausgebracht hat als vermeintlich kranker mit einer Haftstrafe zu rechnen hat während die oberen 10.000 beim Italiener sitzen durften nach Ausgangssperre oder zu live is live mit dem Popschall wackeln egal das sind nur so Fragen zwecks man soll sie stellen ziehen sie Grenzen wenn Aussagen menschenverachtend und abwertend sind wie war das die FPÖ hat Blut an ihren Händen kleben das ist eine sehr rechtsradikale Partei die Ungeimpften sind schuld man muss sich überlegen ob man überhaupt noch das Recht hat in diesem Land zu leben man muss Zügel enger spannen ja ja stimmt stimmt ja da wären Grenzen zu ziehen gewesen da bin ich völlig dabei geben sie Rückenmeldung wie das Verhalten der Person auf sie wirkt muss ich mich jetzt echt mit den Zwischenmenschlichkeiten in einem Land befassen dessen einzelner Bürger als souverän den Begriff Demokratie nicht verstanden hat und seine ihm von der Verfassung zugesicherte Macht nicht wahrnimmt sondern sich stattdessen lieber für sein teuer verdientes Steuergeld wie eben gerade aufgeführt von seinen Vertretern beschimpfen zu lassen muss das wirklich so sein ich glaube diese Rückmeldung erspare ich mir lieber ich möchte noch mal ein paar psychophaner kommen nein nein da sind wir seien sie bereit Widersprüche auszuhalten Hallo ich lebe seit nahezu 900 Tagen im Epizentrum des Irrsinns in der halben Welt das ist jetzt sehr verhablosend gesagt ist die Pandemie vorbei sie beginnt erst wieder an den Stadtgrenzen Wiens das ist widersprüchlich und ich halte es aus offiziell habe ich Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit verbrieft geschützt zugesichert durch die Verfassung das ist de facto nicht immer so Romansseher werden wissen wovon der Roman und ich da sprechen insofern wir halten das aus gut Umdenkprozesse brauchen Zeit haben sie Geduld ja ich hege jetzt seit 850 und ein bisserl was Tagen die Hoffnung dass meine Aufforderung und Romans Aufforderung zum sozialen Ungehorsam wie wir ihn jeden Tag vorgelebt haben wie wir ihn gefilmt haben und uns damit im Netz expositioniert haben irgendwann Nachahmer findet und wir hegen die Hoffnung dass dieses Land zu seiner ohnehin einstig und nicht guten alten Normalität die durchaus verbesserungswürdig wäre zurückfindet aus dem Irrsinn in dem es jetzt ist Wir werden ja jetzt schon 45 Tage und Denkzeit gewährt das ist schon mal etwas Positives aber ich hätte gesagt unsere Geduld nimmt jeden Tag ein bisschen ab egal in warnendem Rot steht hier weiter warum sind Verschwörungstheorien gefährlich und jetzt jetzt kommt es nämlich wie gesagt ein Folder des Innenministeriums jenes Ministeriums das zugelassen hat dass im Jahresbeginn 2022 glaube ich war es 480.000 Polizeikontrollen stattgefunden haben nicht wegen Fahrradliebstählen nicht wegen sexuellem Missbrauch nicht wegen Dämmerungseinbrüchen nicht wegen offener Grenzen nicht wegen gestiegener häuslicher Gewalt durch Lockdowns und Co nein zur G-Kontrolle zum Beispiel vor Einkaufstempeln in der Maria Hilferstraßen in Wien Ja also von jenem Ministerium dem einst unser aktueller Krankler Vorsatz der Terroranschlag nicht verhindert hat sondern elegant ausgesetzt hat eine Verhöhnung der Opfer eine unglaubliche Frechheit wenn man sich darüber bewusst ist dass es bereits Warnungen aus dem Ausland die nämlich auch Nachrichtendienste haben und die funktionieren scheinbar besser als unsere unsere ist ja damit beschäftigt auszuziehen und von Haus zu Haus zu gehen um Gefährderansprachen zu halten bei Menschen die gegen totalitaristische Maßnahmen friedlich demonstrieren ja ist schon spannend jedenfalls also dieses Ministerium sagt warum Verschwörungstheorien gefährlich sind Verschwörungstheorien können das Vertrauen in staatliche Institutionen und die Demokratie untergraben wir sprechen bei diesen staatlichen Institutionen jetzt von jener besagten Regierung in der Menschen sitzen wie eine Pia Philippa Strache die einen heroisch flammenden Vortrag gegen eine Impfpflicht hält um dann wenige Minuten darauf dafür zu stimmen eine Regierung die auf Experten Rat das Land auf und zusperrt wie eine Toilettentür im Nachhinein klar bewiesen bekommt am Beispiel der egoistischen Schweden die einfach nicht und nicht aussterben wollten dass ihre Maßnahmen vollständig aber an diesem Kurs weiter festhalten die Liste wäre jetzt um viele Punkte zu verlängern aber das sprengt dann den Rahmen des Videos also selber ein bisschen denken Verschwörungstheorien können weiter die Gesellschaft spalten und Hass schüren nein hört hört zu Radikalisierung und Gewalt führen damit sind dann wahrscheinlich diese vielen Polizeiübergriffe mit Schlagstock Pfefferspray oder mehreren Beamten auf ältere Damen ältere Herren oder ähnliches gemeint also ich kenne ganz wenig also ich persönlich kenne gar keinen aber ich habe entnommen dass es ganz wenige Fälle gibt wo von mir also mal seitens der Schwurbler der Bildungsferne der Rechtsextremen und so weiter und so weiter irgendetwas physisches ausgegangen ist wohingegen ich ganz viele Fälle kenne wo das von der anderen Seite sprich vom Freund und Helfer ausging der Roman hat auch dazu ein paar lustige Videos und ich war bei der einen oder anderen dieser Aktion persönlich zugegen und habe das mit eigenen Augen gesehen also ja dem Innenministerium sei hiermit Recht gegeben es führt zu Radikalisierung und Gewalt seitens der zur Deeskalation ausgebildeten ich verweise da auf die 3D-Regel der Exekutive zur Deeskalation ausgebildeten und völlig widerrechtlich instrumentalisierten Polizei und die instrumentalisierte Linke Block möchte ich auch noch erwähnen ja aber das Schöne ist der Linke Block hatte schon immer einen gewalttätigen Flügel natürlich das liegt einfach daran dass grundsätzlich Gewalt die letzte Form der Kommunikation ist das heißt wenn wenn man im Level im Niveau immer tiefer kommt dann wird es irgendwann archaisch und deswegen ist in der Linken also in der wirklich minderbemittelten Linken die Gewalt eine Form der Kommunikation jetzt mache ich mir sicher wieder ganz viele Feinde unter den Regenbogenkits die unsere Sticker aufkläsen das kann gefährlich werden ja weiters weiters könnten steht hier Verschwörungstheorien so gefährlich sein weil sie antisemitisch sein könnten beziehungsweise Antisemitismus fördern würden an dieser Stelle möchte ich an Hendrik M. Broder verweisen oder an Andrea Drescher wer das ist solltet ihr das nicht wissen das könnt ihr googeln und was die Herrschaften gesagt oder geschrieben haben könnt ihr auch googeln ich habe es eigentlich relativ satt hier Bildungs-TV zu machen es ist ja schon schlimm genug dass ich mich mit Idioten-TV schaffen muss so weiters können Verschwörungstheorien gefährlich sein gegen bestimmte Personen, Gruppen oder Themen gerichtet sein was zu Sachbeschädigungen oder Angriffen führen kann als Angriff könnte man da jetzt den übereifrigen Security im Europark auf dich nehmen aber Sachbeschädigungen viele mir jetzt ja das Bekleben von irgendwelchen Lidfaßsäulen oder Laternenpfosten wo schon 200 Fußballpickerl und sonstige Sachen umbinden oder wenn man mit Monsterstaucher eine Kamera bespritzt wie die meine Kamera ja das ist ja dann wirklich eine Sachbeschädigung nein ich rede jetzt von unserer Seite wie gesagt man könnte eine Lidfaßsäule oder eben einen Laternenpfosten wo schon x.000 Fußballpickerl und sonstiges draufkleben natürlich als Sachbeschädigung werten aber nachdem wir alle Steuerzahler und damit auch mit finanziers dieser Allgemeingüter sind denke ich mal ist das jetzt nicht der Weltuntergang ja weiters können Verschwörungstheorien von realen Problemen ablenken ja gut also reale Probleme haben wir ganz viele wir haben zum Beispiel immer noch ein männliches und ein weibliches Geschlecht ich finde das gehört schleunigst und längstens aufgehoben ein bisschen mehr LGBTQ plus also mit gerade mal irgendwas an die 60 Geschlechtern ohne die Objektofilen haben wir einfach echt noch nicht das getan und ich finde wir sollten mehr und mehr und mehr Kohlekraftwerke bauen 6 grünen Gedanken also wirklich gehen wir mal die echten Probleme an gut ja Verschwörungstheorien könnten weiters der Bereicherung Einzelner dienen und hohe Kosten verursachen ja ich verweise da jetzt einfach an diverse Anzeigenkampagnen ich verweise an diverse Teststraßen und sonstige Covid bedingten Labore und die Hygiene Austria und alle die da im Hintergrund ihre ohnehin in Geld gewaschenen Hände noch etwas mehr in den Topf gesteckt haben nun hohe Kosten verursachen nein nur weil wir Testweltmeisterland waren Baby Elefanten Kampagnen in A4-Seite gemacht haben und koste es was es wolle dieses Land auf und zurück gesperrt haben wie eine Toilettentür haben wir jetzt keine Inflation deswegen haben wir keine wirtschaftlichen Folgen da ist nur Putin schuld Putin hat uns zum Testweltmeisterland sein gezwungen Putin hat uns gesagt wir müssen auf und zusperren wie eine Klartür und Putin hat auch gesagt wir müssen ihn sanktionieren damit bei uns irgendwelche Sachen steigen übrigens auch der Biostrom der gar nichts mit Gas und Öl und so zu tun hat und dergleichen aber die Sozis sind ja als Nutznießer dieser Preissteigerung eh total konform und machen das genauso wie Wilfried der Weitsichtige in Salzburg der im Vorstand der Salzburger sich gerade freuen darf über Jahrhundert gewinnen wie gesagt wir bereichern uns nicht an der Armut des Volkes und wir bereichern uns auch nicht an irgendwelchen Krisen würde man in Österreich nie machen wir sind ja die Vorzeiger Wahldemokratie die als einziges eine Impfpflicht hatte außer dem Vatikan in Europa und Ungeimpfte nicht zum Friseur ließ und vom Leben aus geschlossen hat und so weiter und so weiter also ein Daumen hoch für die Republik und ihr Innenministerium da sind ja die Insolvenzen nur dreimal höher gestiegen da ist noch etwas drin es gab keine Insolvenzen weil die durfte man ja damals einfach nicht machen man hat ja eine Insolvenzverschleppung betrieben das kommt ja auch jetzt erst langsam wie gesagt Daumen hoch also großes Like für diese Bundesregierung in diesem tollen Land mit diesem tollen Innenministerium aber kommen wir zurück zum letzten Punkt Verschwörungstheorie können gesundheitsgefährdend sein wenn notwendige medizinische Behandlungen aus Versicherung abgelehnt werden das ist aber was da tut an dieser Stelle darf ich darauf verweisen ich muss dazu sagen ich verweise mit Vorbehalt darauf weil ich habe den Fall selber noch nicht prüfen können ähm Frau Doktor Rösch selbst Medizinerin seit Anbeginn dieses Wahnsinns dem Wahnsinn gegenüber kritisch und auch aktiv auf der Straße hat sehr zu ihrem Leidwesen und das tut mir auch persönlich für sie leid weil ich habe selbst Krebsfälle in der Familie gehabt und Krebs ist nicht lustig äh Leukämie glaube ich war es und der wird weil es ja so um die Gesundheit geht deswegen ging man auch im Winter mit Wasserwerfern auf Leute bei Minusgraden los deswegen hat man noch ältere Damen trotz Altersgebrechlichkeit mit vier Polizisten in Wien niedergetackelt und zu viert am Boden fixiert deswegen sind in Tirol Zähne ausgeschlagen worden deswegen hat man Kinder und Rentner mit Schlagstöcken und Pfefferspray behandelt unter anderem auch in Salzburg am 9. Jänner und dergleichen also weil es ja so um die Volksgesundheit geht haben wir kein einziges Krankenbett hochgefahren haben die Pflegeberufe nicht weiter finanziell äh attraktiver gemacht geschweige denn aufgestockt aber wir lassen jetzt eine Krebspatientin nicht ins Krankenhaus weil ihre politische Einstellung das eventuell nicht zulässt in diesem in diesem Sinne in diesem Sinne ist natürlich Verschwörungstheorien können gesundheitsgefährdend sein ganz toll ich verweise damit übrigens noch an die gesundheitsschädlichen Geschichten von Masken und allem was mit Test zu tun hat der Roman wird da ein paar lustige Videos wie diese PCR Test Stäbchen unter hygienischen Maßnahmen gemacht werden einblenden und wird eventuell auch das bisschen mit Masken machen jedenfalls haben wir hiermit beinahe diesen Folder durch es gibt dann noch ein paar lustige äh Faktencheck Seiten wo man reinklicken könnte das könnte ich jetzt tun aber die Zeit werde ich mir sparen weil ich bin ja bildungsfern und bin ja sowieso in meiner Blase schon gefangen und man könnte dann natürlich anrufen wenn man noch Fragen hat und äh Informationen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben wollen und jetzt kommt es nämlich in der Bundesstelle für Sektenfragen also wer dem Licht gegen geht ist ein Knappe und Eleve Luzifers und deswegen sind wir jetzt bei dem Lichtbringer und damit bei den Sekten und das unglaublich lustige ist dass die Adresse dieser Bundesstelle für Sektenfragen in der Wollzeile 12 ist falls sich jemand fragt warum ich das lustig finde in besagter Wollzeile in Wien nur wenige Türen weiter ist die Kanzlei vom Magister Dr. Brunner seines Zeichens gerade Kandidat um den Bundespräsidenten Amtssitz soviel dazu ja zum Thema Faktencheck werde ich noch ein Video auch anhängen und dabei da wird passiert wie seriös die miteinander verbandelt sind mit anderen Denkabrieten und so weiter und so weiter unglaublich schön finde ich ja eins also was mir als erstes aufgefallen ist wie ich das gesehen habe vorhin ist es ja noch halbwegs human weil es ist ein bisschen blau auf weiß im Hintergrund und mal ein bisschen grau aber wenn ich mir das rückseitig anschaue also ich glaube die haben das gemacht um eine falsche Spur auf die freiheitliche Partei zu lenken es ist sowas von blau also ich bin mir sicher da trifft das wie heißt das Ding Ivermectin förmlich aus den Seiten wenn wir so viel Resser in dem Land haben so damit zurück zum eigentlichen Medias Res ich habe mir erneut erlaubt heute auszudrucken der Roman hat es gesehen das Polizeisportmagazin das wir beim Bladen Cop mitgenommen haben das lassen wir da einmal zur Seite ich bin einer ich höre manchmal Feindsender ich lese manchmal komische Postillen man muss ja wissen was der Feind so macht so jedenfalls ich habe mir nochmal erlaubt heute zehn Kopien auszudrucken an die Redaktion von ServusTV ihr wisst schon ServusTV und wir haben da immer noch der Roman darf da einfach einmal irgendeinen ins Bild halten nehmen wir mal gleich so einen von Herrn Amara ich blende es einfach auch direkt in Schnitt ein na wie gesagt du darfst dir eh dein Video nochmal verlinken jetzt kommen meine abschließenden mahnen und meckernden Worte nochmal liebe Mitstreiter liebe Mitschwurbler liebe Widerständler liebe Unzufriedene genesene widerwillig geimpfte zur Impfung genötigte Impfstatus verlorene weit zu lange und so weiter also all jene die mit dem Covid gerade ein Problem haben und all jene die von offizieller Stelle als Russland-Kollaborateure Staatsverweigerer und sonst was beschimpft werden lasst euch hiermit nochmal mit Nachdruck sagen es ist heute wir haben heute den 18. August 2022 es ist ein Donnerstag und es ist heute der Tag an dem der Roman wie gesagt ganz offiziell seitens der Polizeiinspektion Daxa mit dem Europark darauf hingewiesen wurde dass er ab morgen zur Fahndung ausgeschrieben ist und dann auch wahrscheinlich Folge dessen zeitnah abgeholt und nach Buch-Urstein verprachtet wird das heißt es ist jetzt wirklich Feuer am Dach und es wäre jetzt wirklich Zeit wenn man solidarisch sein will wenn man seinen Unmut begründen will wenn man etwas tun will und nicht einfach nur auf der Couch sitzen will weil dadurch ändert sich nichts das hat man in den letzten zwei Jahren verfolgen können wenn nichts getan wird dann macht die Obrigkeit so weiter nur durch Druck auf der Straße durch Druck im Netz durch Unterschreiben von Petitionen durch das Abgeben von Stellungnahmen auf der Parlaments Homepage durch das Verteilen von Flugblättern etc. 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 wird sich etwas ändern deswegen nochmal mein Appell raus aus der Komfortzone die Preise sind hoch der Waren sind galoppiert und wenn ihr auf die Straße geht also die die das bereits tun und ihr da ruft Friede Freiheit und Solidarität dann bitte ich euch macht diese Solidarität und findet keine Ausreden weil Verlierer und Loser finden Ausreden und Macher machen also macht es wie der Roman macht es wie ich und macht wie gesagt es gibt ein Video von Roman er wird es wie gesagt verlinken da ist nahezu idiotensicher erklärt wie ihr zu den Textvorlagen kommt wie ihr die ausdrucken könnt wie gesagt wenn ihr keinen Drucker habt den Text kopieren auf einem USB Stick ausdrucken unterschreiben in ein Kuvertbocken abschicken also wenn man euch das jetzt erneut nahe legen und erklären muss dann muss ich wirklich sagen dann seid ihr die vermeintlich Bildungsfernen dann seid ihr die vermeintlichen Schwurbler und die die irgendwie ein bisschen lächerlich zu Werten sind seitens der Regierung dieses vermeinte laute kleine Häufchen also bitte enttäuscht im eigenen Interesse und vielleicht auch ein bisschen in meinem und in Romans das ganze nicht und kriegt es einmal eure vier Buchstaben hoch so letztendlich als ich auf dem Sonntagsspaziergang versucht habe diese Schreiben an den Mann zu bringen das will ich hier noch kurz erlernen sind nämlich ein zwei Damen an mich herangetreten ich habe da von jedem Text ein paar Kopien vorbereitet gehabt die Kuvera abgezählt mitgehabt das war eh sehr schwierig egal da sind dann Leute auf mir ja der wird auch eine Kopie haben und der wird auch eine Kopie haben nein ich kopiere nicht für jeden einzelnen Österreicher und jede einzelne Österreicherin und jeden diversen wo immer ihr sich da jetzt äh platziert fühlt diesen Text und droge am Akkuver noch ihr müsst manchmal tatsächlich als mündige Bürger die das 18. Lebensjahr erreicht auch mal selber einen Brief abschicken können ich weiß es ist schwierig nennt euch die Zeit unten in der Videobeschreibung einige Videoquellen alles was wir angesprochen haben ist verlinkt unter diesen verlinkten Videos ebenfalls in der Videobeschreibung sind die ganzen Adressen drinnen die ganzen Briefvorlagen die Textvorlagen drinnen und so bedanke ich mich sowieso schon mal bei allen recht herzlich die mir so sehr geholfen haben dass mein Lebensstandard nach der Haft erhalten bleibt auch schon Briefe versendet haben also wirklich meine Hochachtung an jeden und auch an jeden zukünftigen der sich jetzt dadurch dieses Video auch angesprochen fühlt ich möchte mich an dieser Stelle für meinen etwas schroffen Ton entschuldigen aber ich muss einfach sagen nach beinahe 900 Tagen der untätigkeit stelle ich mir einfach die Frage was muss noch passieren damit man irgendwann einmal tätig wird also liebe Leute tätig werden nachdem der Roman sich gerade bedankt hat möchte ich mich abschließen auch bedanken zum einen bei unserer Mitstreiterin Deliberta die dafür gesorgt hat dass viele Videos vom Roman mit Nachdruck geteilt und verbreitet wurden die sich mit der Produktion von markigen Sprüchen auf Transparenten und Ähnlichem sehr sehr produktiv eingebracht hat in das Ganze und die auch immer wieder mal Texte kopiert und dafür für die Verbreitung sorgt danke dafür liebe Hertha und ich möchte an dieser Stelle jetzt als Schlusswort verweisen an den Herrn Böttler von der MFG und das Wort sozusagen an ihn überreichen weil der wird jetzt noch ein paar Worte zum Spendenkonto sagen damit bin ich raus und wir sehen uns dann irgendwann wieder wenn der Roman seine Haftstrafe hinter sich hat oder vielleicht sehen wir uns in der Zwischenzeit irgendwann einmal von irgendeinem Smartphone Handy aus oder Ähnlichem damit dranbleiben aktiv bleiben ich hätte einmal gesagt gesund bleiben antifaschistisch bleiben auf der Straße bleiben und damit geht es jetzt weiter zum Herrn Böttler von der MFG vielen Dank und bis bald ciao ciao und gehabt euch wohl genau ja hallo zusammen warum ich mich heute an euch wende hat einen ernsten Hintergrund zwei derer Menschen die sich im Widerstand sehr für andere eingesetzt haben die vorausgegangen sind die Mut gezeigt haben sind jetzt mit Verwaltungsstrafen konfrontiert der eine Salzburg mit 67 Tag Ersatzfreiheitsstoff der anderen in Oberösterreich mit unglaublichen 4.000 Tagen man muss das nicht umrechnen das sind 11 Jahre worum ich euch jetzt bitte ist wirklich das ganze auch finanziell ein bisschen zu unterstützen nicht um denen die Ersatzfreiheitsstoffe zu bezahlen nein sondern um deren Lebensunterhalt gewährleisten zu können die haben Wohnungen die haben Mieten zum leisten verdienen jetzt aber nichts es geht einfach darum ein Zeichen zu setzen dass wir gemeinsam zusammenhelfen ich darf euch wirklich sehr bitten um diese Unterstützung ihr findet es unten beim Video das Spendenkonto das wir extra eingerichtet haben und ich würde mich sehr freuen wenn da ein bisschen was zusammenkommt damit wir den beiden auch signalisieren dass sie jetzt nicht allein sind ich danke euch sehr oder na nicht wenn dass wir auf das ist das ist Vielen Dank.